War das gerade richtig, dass wir hier überholen? Ich glaube, wir wollen da unten hin, oder? Dann schließe ich euch jede Menge Gegner. Ich glaube, wir wollen da unten hin. Bleibt nahe, Ritter. Verheh das, dass er sich bewegt! Er zittert vor Angst. Nicht ganz, oh. Versuch mal, Jedi! Woah! Ahhhh, soo. Irgendwie weiß ich gerade echt nicht, wo jetzt hier der richtige Weg ist. Oder wäre das jetzt hier hinten der richtige Weg? Aber da komme ich ja nicht hin. Also das ist es schon mal nicht, wobei er mir das hinten anzeigt. Hm. Ich frage mich, ob ich einfach die Kiste da runter bringen soll, um dann... Ich hoffe jetzt einfach mal, dass man das nicht falsch machen kann. So, irgendwie zu Hause. Wie das aussieht. Willst du nachsehen? Da war wirklich was drin. Oh, Diamantes-Lackierung. Ja, das ist doch schön. Und das nächste... Oh! Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Komm zurück! Also ich fand Kashyyyk ja schon grenzwertig gegen Ende hin, aber das ist ja echt nur meine Ecke härter hier gerade. Hm? Ich sehe dich, Eindrängling! Ich sehe dich, Eindrängling! Aber irgendwie... Fühlt es sich gerade so an, als würde man unnötig in die Länge gezogen werden. Zumindest empfinde ich das gerade so. Als ob man halt nach irgendwie einer Möglichkeit suchen würde, dass man sagt, komm, jetzt müssen wir irgendwie noch ein paar Stunden rausholen. Oder halt Zeit in dem Sinne. Oder halt Zeit in dem Sinne. Hast du das Graf gefunden? Fast nicht. Wurde allerdings abgelenkt. Grease verhält sich seltsam. Er will jemanden vor der Mantis gesehen haben. Datum hier zermirbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Ich halluziniere nicht, also... Ja. Ich verlasse ein Dorf der Brüder der Nacht. Ich nehme die Spur wieder auf. Hört sich an, als kennst du zurecht. Ja. BD und ich schaffen das. Eine Abkürzung ist freigeschaltet worden. Boah. Ein ordentlicher Treffer. Ich werde dich treffen. Du kannst deine Schwäche nicht. Oh ja. Wir wollen nicht. Ich brauche Hilfe. Das war genau richtig. Und weil wir ja natürlich meditiert haben, sind natürlich alle Gegner wieder hier da. Du hast keine wahre Stärke. Du kannst wirklich alle aufreiten. Du kannst nicht allem ausweichen. Ich kann's aber versuchen. Ja. So. Der Fremde ist jetzt auch weg. Und nach wie vor sollen wir da oben hin. Okay. Und der alte Mann. Haben die Brüder der Nacht hingeholt. Unser Feind ist da oben. Oh. Oh. Ja. Das muss das Grab sein. Das sieht auf jeden Fall schon ein wenig beeindruckend aus. Ja. Na was möchtest du hier scannen? Irgendeine alte Vase. Mein Freund. Wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kujetska. Was immer das war. Es ist weg. Oh. Hinter uns aber. Meditieren. Okay. Das war jetzt aber gerade nicht hier. Die Sache ist. Wollen wir das jetzt auch? Ne. Ich glaube ich verzichte mehr darauf. Ich wusste, dass du da reinschränkst. Was hast du da? Neue Mantis-Lackierung erhalten. Ähm. Wir wollen also raus. aus dem Grab. Können wir aber nicht. Da drüben ist auch nichts. So. Ähm. Ja. War das vielleicht jetzt möglich, dass man einfach mal eben kurz hier meditiert? Ja. Das war's. Aber, das ist auch eine andere andere. Ist das nicht? Hey, Kal. Hey, buddy. Lust auf eine Revence später? Ja. Jederzeit. Klingt gut. Gehst du zum Training? Immer. Okay. Dann sehen wir uns später. Tschüss. Das heißt, wir kriegen bald neue Befehle. Endlich. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Wir verlassen Bracker? Könnte sein. Mach ihm keine falschen Hoffnungen mit solchen Gerüchten. Schon okay. Ich glaub, sobald's Meister T'Pol sagt. Apropos dein Meister. Ja, ich geh besser. Jaro wartet doch, oder? Du hast es aber heilig. Meister T'Pol! Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen. Und lass mich nicht fahren. Gut. Okay. Äh, wie soll ich denn da hinkommen? Dieses Training wird so lange dauern, wie nötig. Du wirst die Lektion des Tages begreifen. So, oder so. Wie sagt das? Los, nochmal. Hm? Hm? Ich bin gerade total verwirrt hier. Konzentration, Padawan. Wow! Ha! Echt Pistumanda! Hahaha! Fokussieren! Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgeahnt. Besser, Padawan. Komm zu mir. Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Bracca ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Megeto aus. Ja! Du musst. Meister? Seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Nein! Nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander? Padawan, etwas Schägliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was war das euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, gehe ohne mich. Wir sehen uns auf Bracca wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Geh. Los! Da ist er! Er schießt ihn! Nein! Halt! Paul ist unterwegs. Wir brauchen Verstärkung. Muss dran ziehen, um durchzukommen. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Tut überall. Er kann nicht weit sein. Los, wieder aus. Hey! Was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Meldet Verluste. T'Pol hat mehrere Trupps ausgescheitert. So vor uns schießen. Verstanden. Ich verstehe es nicht. Was ist passiert? Was war das? Da ist er in den Wartungsgängen. Ich glaube, hier ist der Turbulent. Danach ist es nicht mehr weit. Oh. Wo geht's jetzt hier lang? Ah, okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich hier in Wandsp... guckt, ob wir da jetzt einfach... Okay. Gut, dass wir einfach nur so dahin schwenken. Ich habe Sichtkontakt zu dem kleinen Padawa. Er ist im Turbolift. Ich schaff das. Ich darf nur nicht stehen bleiben. Scheiße den aus. Dann holen wir uns zu Paul. Nein. Nein. Padawa, dein Legenschwert. Tut mir leid, Buster. Weiter klettern. Wir treffen uns vorne. Oh. 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 Ja, Meister. Aber er kommt nicht durch. Es dauert zu lange, die Türen mit dem Lichtschwert aufzuschneiden. Was glaubst du? Wir warten hier bis auf dem Städt. Hört ihr das? Bereit machen! Los, Padawan! Wir müssen sofort weg! Die Türsteuerung! Sankar! Nein! Ich habe die Schiffsreaktoren überlastet. Im Schutz der Explosion können wir fliehen. Der Krieg ist dicht vorbei, mein Padawan. Halte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Ja, Meister. Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020